Neben dem bereits vorgestellten Gamskopf gibt es in der gleichen Richtung dem Greitergraben folgend noch weitere lohnende Skitourenziele. Eines dieser Ziele ist der kleine Galtenberg. Diesmal scheint die Sonne und ich genieße die Ausblicke nach rechts und nach links. Immer schön gerade hinter ins Tal. Durch diesen Hang soll es in die Scharte gehen und dann südseitig zum Gipfel. Bei einem Blick zurück sieht man gut, dass die Skitouren zum Standkopf und vor allem zum Hochstand auch von den Variantenfahrern des Skilifts Hornbahn erreicht werden und deshalb schnell zerpflügt sind. Wir aber halten weiter auf den Talschluss zu und das auch, wo der Gamskopf dann nach rechts führt. Den Farmkehr Alm Hochleger lassen wir dabei etwas links liegen. Es gibt mehrere Möglichkeiten den kleinen Galtenberg zu erreichen. Allen gemeinsam ist, dass sie nach oben hin ordentlich steil werden und sichere Verhältnisse verlangen. Heute war die rechte Variante hier in rot eingespurt und ich hatte bei der hohen Schneelage kein Interesse eine eigene Spur zu verfolgen. Die Alternative wäre in etwa die grüne Linie. Bei dieser Linie würde man etwas länger im schattigen Car bleiben. Das Gebiet im weißen Oval zeigt Abfahrtsvarianten bei hoher Schneelage und bei sehr sicheren Verhältnissen auf. Da im Graben hat es jetzt natürlich schon richtig dicke Schneeauflage. Da war es jetzt aber eine. Danke hier auch an diejenigen, die gespurt haben, das dürfte nicht leicht gewesen sein. Blick auf den Gamskopf. Der steile Ausstieg bzw. die steile Einfahrt ins Nordcar bei der rechten roten Variante. Da kommt schon Vorfreude auf. Erst einmal geht es aber noch knapp 300 Höhenmeter auf der Südseite zum Gipfel. Die Verhältnisse waren hier sehr gemischt und die Hänge fallen teilweise steil in den Märzengrund ab. Gipfelanstieg und Abfahrtsspur vom Gamskopf aus gesehen. Die letzten Meter zum Gipfel. Beeindruckender Tiefblick in den Greitergraben und auf die Flanken des großen Galtenbergs. Da hat bereits jemand die Überschreitung durchgeführt. Blick ins Zillertal und in die Berge umhoch fügen. Im oberen, in etwa südseitig ausgerichteten Teil der Abfahrt war der Schnee, wie schon im Aufstieg festgestellt, sehr wechselhaft. Und es geht teilweise ordentlich steil in Richtung Märzengrund hinunter. Harter, abgeblasener Schnee, windgepresster Schnee und Pulverschnee, da war alles mit dabei. So, nur noch möglichst hoch in Richtung Scharte queren. Die steile Einfahrt noch ein bisschen vorsichtig angehen. Dann gab es Pulver vom Feinsten. Einfach genießen. Hier wären heute die noch breiteren Tiefschneelatten besser gewesen. Nach unten hin wird das Gelände etwas flacher und über Ideal geneigt. Mit dem Skitourengelände geht es etwas links am Farmbergkopf-Hochleger vorbei nach unten. Es hat allerdings ein paar steilere Hänge und Gräben, die noch nicht richtig tief eingeschneit waren. Die Abfahrt vom Gamskopf kommt mit hinzu. Die Engstelle am Bach, diesmal nicht mit der 360 Grad Kamera gefilmt, sondern mit einem Standardobjektiv. Die letzten Tiefschneeinseln ausnutzend geht es zum Forstwil. Und über diesen zurück nach Inneralpbach. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020